Wichtige Tipps für Teilnehmer am Storyteller Award wäre auf jeden Fall, dass man kreativ ist, dass man sich vielleicht auch auf was Neues einlässt, dass man mutig ist. Dass ich selbst wirklich als Self-Publisher verstehe, nicht nur als Autor. In diese ganze Szene so eingraben und sagen, es hört nicht damit auf, dass ich ein Buch geschrieben habe, sondern eigentlich fängt es erst an. Es kommt ganz, ganz entscheidend darauf an, dass der Inhalt in dem Klappentext gut wiedergegeben wird. Dass es den Leser anspricht, dass man wirklich auch ein gutes Cover hat. Auf jeden Fall Marketing für das Buch zu machen, an der richtigen Stelle, wo dann auch Leute sind, die sich das gerne angucken möchten. Ich sage immer, wenn ich als Autor beim Schreiben heule, dann heult mein Leser auch. Und das möchte ich eigentlich.